Helvetas ist eine von vielen Organisationen aus der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit, die sich ganz aktiv gegen die Selbstbestimmungsinitiative engagieren und wir tun das, weil wir als Schweizer Entwicklungsorganisation für die Menschenrechte einstehen und uns weltweit für mehr Rechtsstaatlichkeit engagieren. Das Schweizer Kreuz steht dabei für wichtige Werte wie Zuverlässigkeit, Engagement und Loyalität mit den Unterdrückten und Benachteiligten. Bei der Annahme dieser Initiative wären genau diese Werte gefährdet und würden aktiv geschwächt und es wäre für uns als Schweizer Organisation sehr viel schwieriger, diese Werte aktiv im Ausland zu fördern und zu vertreten. Darum braucht es aus unserer Sicht ein ganz engagiertes und aktives Nein gegen diese Initiative.